Hallo, ich bin der Hans-Georg Stocker. Ich bin einer der Mitbegründer von Backstage. Heute ist ja der 11.01. Das ist immer ein ganz besonderer Tag mittlerweile für mich, fürs Backstage. Jetzt dann zum 30. Male, weil wir haben ja eigentlich heute unser 30-jähriges Jubiläum. Und alle Fans, die das Backstage kennen, wissen, dass wir das immer ganz jeden Geburtstag seit Anfang an groß feiern. Und natürlich runde Jubiläum umso mehr. Nach außen hin schlafen wir, nach innen aber nicht. Wen ich danken möchte, ist wirklich, ich sag's pauschal, ich sag's die Gruppen, den vielen, vielen Mitarbeitern, die hier in den 30 Jahren da waren. Ohne die ist Backstage nicht ging. Und die nicht nur ihre Arbeit, sondern ihre Idee, ihre Liebe, ihre Persönlichkeit eingebracht haben. Und genau da das zu was Besonderes gemacht haben. Und dann möchte ich den vielen Partnern, die hier veranstalten, die hier Dinge mit uns gemeinsam und in Kooperation gemacht haben, danken. Und vor allem den unzähligen Künstlerinnen, die hier tolle Veranstaltungen gemacht haben, aber genau auch diesen Spirit und das weiter verbreiten. Nicht nur im Backstage, sondern in der ganzen Welt. Und dann natürlich dem Publikum, das auch mitspielt. Weil wir machen fürs Publikum, aber es lebt auch durchs Publikum. Heute ist es mal nicht still und wir senden ein Lebenszeichen mit einer geilen Münchner Band raus. Und das große Festival zum Geburtstag wird es schon noch geben. Schauen wir mal. Die 30 Jahre gehen jetzt mal das ganze Jahr den Geburtstag und der geht so lang, bis wir das mit einem großen Knall abschließen, auf einen positiven Knall.